Und wir kennen der Buhr aus der Bundesliga, finden sehr, sehr guter Spieler, sehr gute Wandspieler. Es ist auch immer torgefährlich. Ich habe ihn in meiner Comunio-Mannschaft. Leider macht er zu wenig Punkte dort, also deswegen könnte er da in Hoffenheim das eine oder andere mehr machen. Aber er muss nicht unbedingt jetzt morgen damit anfangen. Aber es ist ein Spieler, den wir alle gut kennen. Und es zeigt natürlich auch, dass die Mannschaft, oder was ich mir wünsche morgen, dass sie einfach frei spielt, dass sie Fußball spielen möchte. Das ist auch so von ihrer Veranlagung her. Und sie haben einen neuen Trainer dazu bekommen, der im Nachwuchsbereich gearbeitet hat. Und von daher wahrscheinlich den einen oder anderen Spieler sehr, sehr gut kennt und weiß auch, wie man sie einzusetzen hat. Von daher schauen wir einfach morgen, was die Mannschaft uns anbietet. Wir wollen gut vorbereitet sein auf dieses Spiel und am Ende dann einen guten Start in das Wichtige 2022 haben. Und das sind die Dinge, die wir natürlich morgen von uns sehen möchten.